Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assodot unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, nicht ohne meinen Schneemann. Und für diesen müssen wir Lady Chainer Prachtmeer in der Schlacht von Daza Alor auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir einen frostigen Schneemann gebaut und wieder zerstört haben. Ja, was müssen wir genau machen? Wir müssen erstmal die erste Phase einfach ganz normal runterspielen. und kurz bevor wir auf 60% kommen, uns alle schön ins Feuer stellen, dass unser Stack hier auf Null ist. Denn wir werden die zweite Phase, wo das Ganze jetzt stattfinden wird, ein bisschen länger spielen. Und zwar im Speziellen diese Frostphase oder diese Nebelfase hier in der Zwischenzeit. Und zwar ist es hier so, dass wir Chainer nicht interruption dürfen. Deswegen kriegen wir da auch ein paar mehr Stacks. Und wir jetzt hier so Frostpfützen suchen müssen. Und zwar sind das drei an der Zahl. Das sind so kleine weiße Flächen auf dem Boden, in die wir reinlaufen müssen. Und wenn ihr da reinlauft, bekommt ihr einen Debuff. Wenn ihr dann aber gefroren werdet, also wenn ihr zum Beispiel in diese Kugeln lauft oder zu viele Stacks habt, dann ist dieser Debuff wieder weg. Also sprich, ihr müsst die Pfützen aufsammeln, drei Spieler. Sprecht euch da im TS ab, wenn ihr alle drei habt. Dann den Boss interrupten. Dann schauen, dass keiner von diesen drei Spielern gefroren wird. Oder durch zum Beispiel den Strahl, wie hier wird es Leute gefroren worden. Das darf nicht passieren. Und dementsprechend, dann müssen diese drei Spieler diese Fläche gesorgt haben und den Debuff noch haben, zusammenlaufen. Dann entsteht hier so ein Schneemann. Ihr seht, hier vor mir ist genau dieser Schneemann. Und der muss aber auch noch in der Nähe von dem Fass entstehen. Also die Spieler dürfen erst zusammenlaufen, wenn sie in der Nähe von dem Fass sind. Schneemann gebaut, ist jetzt an der Stelle abgehakt. Jetzt müssen wir noch hochjagen. Und zwar sind diese Beschüsse, die muss man ja schon, wenn man den Kampf ganz normal spielt, auf die Fässer ablegen. Das machen wir hier auch. Legen sie quasi auf die Fässer ab. Und dann ist es so, dass man das Fass runterhaut. Und dann hat man hier diese Feuerfläche, beziehungsweise nach einer Zeit explodiert das Fass. Und wenn der Schneemann dann in dem Explode-Bereich drinsteht, wird er dadurch zerstört. Und man hat die Voraussetzungen für das Achievement erfüllt. Das ist ehrlich gesagt dann nicht mehr schwierig, ihn hochzujagen. Und dann muss man quasi jetzt noch Chainer umhauen. Das Schwierige an der Geschichte ist eher, in der Frostphase so auszuschwärmen, dass man die drei, ja, Frostflächen findet. Und die dann zusammen quasi, dann den Boss interruptet und zusammenläuft und den Schneemann richtig platziert. Das ist so ein bisschen das Schwierige. Braucht ein bisschen Koordination. Braucht wahrscheinlich auch bei euch eins vor Trice. Ich weiß nicht, wie viel wir gebraucht haben. Wahrscheinlich ein paar mehr, ja. Und ja, dann wie gesagt einfach nur den Boss runterspielen. Aber das sollte ja dann nicht mehr das Problem sein. Ich zeige euch jetzt hier nochmal kurz, wie die Fläche aussieht. Mal hier eine kurze Einblendung, dass ihr seht. Also es ist relativ unscheinbar. Vor allem in dem Nebel sieht man es relativ schlecht. Aber diese kleine weiße Fläche, die müsst ihr soaken. Und wie gesagt, dann solltet ihr nicht in den Block kommen. Sonst ist der Debuff halt dementsprechend wieder weg. Und ja, ihr könnt den Boss eigentlich dann hard resetten, heißt sterben. Und quasi nochmal versuchen, bis ihr es halt hinkriegt. Ja, hier seht ihr jetzt noch unseren Kill quasi. Da ploppt einmal das Achievement auf. Ja, und damit auch das Meta-Achievement bei uns. War natürlich jetzt auch der letzte Boss, der uns gefehlt hatte. Und dann auch gibt es noch ein schickes Mount zum Ende. Ich hoffe, die Achievement-Guides haben euch ein wenig weitergeholfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.